Ich bin der Tiego Führer und bin selbstständig als Schreiner bei der Firma Holstuhl zur ARV GmbH. Profis dürfen die Kochteise auf keinen Fall verpassen, weil das nicht nur eine Einstellung ist, es ist viel mehr ein Familientreffen unter Kollegen. Ich will dich unbedingt an der Kochteise die Lieferanten Döwald, OPEK und Blum treffen. Aus diesem Grund, weil mir das wichtig ist, dass man bei den Lieferanten auch eine private Ansprechperson hat. Mein Betrieb wird die Kochteise in Bären besuchen. Es ist ein Austausch mit Braschenkollegen wichtig, weil man da endlich mal Zeit hat, in Ruhe ohne Stress miteinander zu reden, wie die Arbeiten in anderen Kantinen Fortschicht gehen. Für mich sind die Kochteise wichtig, dass ich da mit den Herstellern ein persönliches Gespräch führen kann und die Neuigkeiten der letzten drei Jahre live anschauen kann und Informationen einholen. Die Kochgruppe ist für die Holzverarbeitungsbranche wichtig, weil sie sich das Interesse nehmend und die Zeit, auch mal Artikel zu bestellen beim Lieferanten, wahrscheinlich nicht im Sortiment feierend. Ich wünsche mir von der Kochgruppe AG, dass das Verhältnis zwischen der Kochgruppe und meinem Betrieb weiter so funktioniert wie bis jetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 clubliche Brand Delhi Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017